Ja gut, dass wir einen Teil des Vorstandsduos der ASFINAG im Studio begrüßen dürfen. Schönen guten Abend, Klaus Schirhackel. Guten Abend. Herr Schirhackel, Sie haben die grüne Sprecherin Gabriela Moser, die grüne Rechnungshof-Sprecherin, gerade gehört. Sie erhebt eigentlich schwere Anschuldigungen. Sie hat schon 2011 eine Anfrage gestellt, wollte wissen, warum denn genau diese angeblich ÖVP-nahe Agentur ausgewählt wurde. Damals hat das Ministerium nicht geantwortet mit dem Hinweis, das musste eigentlich das Unternehmen tun. Deswegen frage ich Sie jetzt, warum wurde die damals ausgewählt? Also zur Investition oder zum Investment im Zusammenhang mit der Rettungsgasse kann ich wirklich nur sagen, diese 4,6 Millionen, die wir ausgegeben haben, sind sehr, sehr gut verwendet. Wenn man schaut, wir geben jährlich ca. 500 Millionen für die Verkehrssicherheit aus. Und ein ganz wesentlicher Beitrag ist einerseits das Verhalten des Kunden, deswegen heute unsere Kampagne Abstand halten. Und das zweite Thema ist, wenn Unfälle passieren, dass die Blaulichtfahrzeuge zum Unfallort kommen. Heute haben wir Feuerwehrrettung und Samariterbund bestätigt, es ist besser geworden. Also grundsätzlich gut. Zur Vergabe dieser Informationskampagne, es war ein zweistufiger EU-Wettbewerb und der Bestbieter hat gewonnen. Das hat der Rechnungshof, wenn man den Bericht genau liest, sehr gut und sehr präzise dargestellt. Es wurde der Bestbieter genommen, es wurde der Bestbieter ausgewählt. Und wie gesagt, nochmals 4 Millionen im Verhältnis zu diesem Nutzen, der für die nächsten Jahre ansteht, ist ein sehr gutes Verhältnis. Obwohl, da sagte der Rechnungshof, die Wahl der Abwicklung des Wettbewerbs ist mangelhaft, weil der Auftragswert für die Agentur, den haben sie unter 193.000 Euro angegeben. Obwohl damals schon bekannt war, dass das bis zu 5 Millionen Euro kosten würde. Und unter 193.000 Euro braucht man dann für eine Ausschreibung keine Bekanntgabe. Zur Vergabe muss man sagen, man wird immer in einem derartigen Verfahren schlauer, beziehungsweise erfährt mehr Informationen. Jeder Häuslbauer hat das schon erlebt, der weiß es nachher mal erst vorher. Wir haben ursprünglich gedacht, es geht mit einem geladenen Wettbewerb. Und da kann man lang diskutieren, Sinn, sozusagen Zeitungsinserate zur Gesamtsumme hinzuzuzählen oder nicht. Kurz zusammengefasst haben wir uns dann nach einigen Wochen entschieden, es zusammenzuzählen, ein zweites Verfahren zu starten. Und das entspricht voll den EU-Vergabeprinzipien und ist ein sehr vorsichtiges Verfahren. Also es wurde die beste Agentur genommen, es ist ein sehr gutes Verfahren gewesen und es haben die gewonnen, die Bestbieter waren. Einen Vorwurf, den die Frau Moser auch noch erhebt, das ist dieser Schweigegeldvorwurf. Sie sagt, die Agentur wäre genommen worden, um damit Kritik an den ÖBB verstummen zu lassen. Was können Sie dem entgegensetzen? Schauen Sie, es ist sehr transparent, sehr klar und im Rechnungshofbericht, wenn man ihn genau liest, ist überhaupt kein Zweifel, dass dieses Vergabeprinzipien-Verfahren ordnungsgemäß korrekt und präzise abgewickelt ist. Dann irgendwelche Verschwörungstheorien hinten zu erzeugen, das passt nicht zusammen. Das Verfahren ist transparent, jetzt konnten alle teilnehmen und der Bestbieter ist es geworden. Und man sieht am Ergebnis und die Kampagne ist gut. Wir haben 25 Millionen Autofahrer am Netz, jährlich. Und die meisten Menschen wissen, wie sie Rettungskasse bilden. Also es ist gut gelaufen, wir sind aus Ausführung sehr zufrieden. Und ich kann wirklich als Überzeugung ausführlich sagen, wir würden es wieder unterstützen und wieder forcieren. Bevor wir über das sprechen, das möchte ich Sie ja auch alles noch fragen, hätte ich noch einen Punkt, der mir im Rechnungshofbericht aufgefallen ist, nämlich einen Kritikpunkt. Da wird gesagt, diese Informationskampagne, die Sie dann letztendlich ausführen müssten, obwohl das eigentlich nicht üblich ist, weil es das Ministerium oder der österreichische Verkehrssicherheitsfonds eigentlich durchführt, hätten Sie gemacht, obwohl Ihnen die Ressourcen gefehlt hätten, sagt der Rechnungshof. Und dadurch sind zusätzliche Kosten von 56.000 und 35.000 Euro entstanden. Warum haben Sie denn diesen Auftrag durchgeführt, obwohl Sie keine Ressourcen dafür gehabt haben? Also es gab einen ganz klaren Beschluss im Ministerrat, dass der Aspen diese Kampagne macht. Der Nutzen kommt auch dem Verkehrsteilnehmer zugute. Deswegen ist es richtig, wie die Frau Mose gesagt hat, Geld der Autofahrer. Genau für diesen Zweck soll das Geld verwendet werden. Wir wollen ja das ganze Geld von uns für Beton und Asphalt verwenden. Es ist viel besser, auch für die Ökologie besser, wenn man den Menschen informiert und es möglich macht, dass im richtigen Fall geholfen, rasch geborgen wird. Deswegen, wir stehen voll hinter der Kampagne. Das war der einzige richtige Schritt. Also die Kritik mit Schmiergeldvorwürfen lassen Sie nicht gelten? Nein, das entbehrt jeder Logik, auch jedem Prinzip. Und das ist auch vom Rechnungshof. Und die Rechnungshofbeamten, Experten haben wirklich umfassend intensiv geprüft. Wir hatten umfangreiche Nachbesprechungen. Und das ist nicht einmal der Anschein von irgendetwas, das sind so freierfundene Verschwörungstheorien. Die lasse ich keinesfalls gelten, weil sie keine Existenzberechtigung haben und auch keine gibt. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie sind eigentlich sehr zufrieden mit der Rettungsgasse, beurteilen das auch positiv. Jetzt war ja einer der Hauptgründe, warum die Rettungsgasse eingeführt wurde, dass es eine Zeitersparnis für die Einsatzkräfte gibt, wenn sie zum Unfallort fahren. Da sagt der Rechnungshofbericht, das ist nicht messbar und eigentlich gibt es diese Zeitersparnis gar nicht. Warum beurteilen Sie das dann nach wie vor positiv? Im Rechnungshofbericht steht erst das, es ist nicht messbar im Prinzip. Dass es das nicht gibt, steht im Rechnungshofbericht nicht drinnen. Wenn die Blaulichtorganisationen, die haben Sie zuerst schon einmal gesagt, Feuerwehrrettung bestätigen, es ist besser geworden, dann ist das gut. Nur ist landläufig oft die Meinung, es wird in der Rettungsgasse gebildet, dann fährt ein PKW durch oder ein LKW und dann rufen alle, die in der Rettungsgasse gebildet haben, die funktioniert nicht, das fährt ein Auto durch. Das stimmt ja nicht. Wenn ein Blaulichtfahrzeug kommt, gibt es Rechtssicherheit. Auch die Blaulichtorganisationen wissen, wo sie fahren. Und zum Beispiel die Diskussion, die es ja oft gibt, Rostringente A23, die Rettungsgasse funktioniert nicht. Aber es gab vorher gar Kampagnenstreifen. Also von daher ist es, wenn die Rettungsgasse funktioniert, jedenfalls besser geworden. Was ist denn da jetzt die Konsequenz? Der Rechnungshofbericht sagt das, ja, und er fordert ja auch irgendwie Konsequenzen. Also was planen Sie da jetzt, damit das besser funktioniert? Der Rechnungshofbericht sagt, dass es nicht messbar ist, aber die Blaulichtorganisation, das ist unser Gradmesser. Wenn die, die tatsächlich die freiwilligen Einsatzkräfte in der Regel, die gerufen werden, rascher das Gefühl haben und auch rascher am Unfallort sind und zufrieden sind, dass wenn auch die, die es ursprünglich von der Politik gefordert haben, aufgrund der Blaulichtorganisation, ist es im Parlament zum einstimmigen Beschluss gekommen, dann ist es für uns die Bestätigung, dass es richtig war, die können es ja beurteilen, ob sie rascher dort sind. Und der Rechnungshof sagt, es war eine gute Maßnahme, nur es ist nicht messbar. Das ist ganz ein anderer Punkt, als wenn man sagt, es ist nicht besser geworden, aber es wurde besser. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, Herr Schirkel, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, das ist dieser zu geringe Erfolg bei der Überwachung, der ja auch in diesem Bericht drinnen steht. Da sagt der Rechnungshof, es hätte zu wenig Anzeigen oder Übertretungen gegeben. Deswegen wollte ich wissen, ob Sie als ASFINAG da jetzt, weiß nicht, mehr Überwachung planen oder neue Kameras. Von der Überwachung ist die ganz klare Situation, die Verkehrsüberwachung obliegt der Polizei. Und da steht es uns wirklich nicht zu, Empfehlungen zu geben. Wir sind ganz sicher, dass der Exkutive im Rahmen des Möglichen alles unternimmt und versuchen wird, um die Rettungskasse freizuhalten und um den Kollegen, die ja als Blaulichtfahrzeuge am Netz unterwegs sind, die Zufahrt zu ermöglichen. Ob das viel oder wenig ist, beurteilt der Rechnungshof. Diese Beurteilung machen wir nicht. Eines kann ich sagen, dass wir mit der Polizei im engen Kontakt sind und generell versuchen, einfach die Verkehrsüberwachung, sei es Abstandsmessung oder Geschwindigkeitsmessung, zu optimieren. Aber das ist eine wirkliche Entscheidung der Polizei. Wir sind Straßenerhalter. Unsere Möglichkeit ist, das Geld, das wir vom Autofahrer bekommen, und danke für die bezahlte Maut, möchte ich an dieser Gelegenheit sagen, nicht nur, wie gesagt, für Hardware zu verwenden, indem wir was bauen, sondern auch für Information der Autofahrer. Und daher war das ein guter Schritt, der das Gesamtgefüge besser macht. Also noch gibt es keine Konsequenzen, die Sie planen aus diesem Rechnungshofbericht? Also wir haben auch bei der Schlussbesprechung das sehr intensiv mit dem Rechnungshof besprochen und wie immer im Leben, ex post oder zurückblickend, würde man sagen, man würde manches anders vielleicht machen, aber in Summe, gesamt betrachtet, sind wir mit dem Projekt sehr, sehr zufriedener und wir würden es wieder beginnen. Herr Schirke, ich danke Ihnen für das Gespräch. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.